hallo liebe und liebe hat und wanderfreunde um den spruch mal zu stehlen wir sind gerade aufgebrochen versuchen heute mal flensburg zu erreichen wird etwas länger wie die anderen touren hin und zurück sind ich denke mal so mit ein paar verfahren round about 38 40 kilometer also 20 hin 20 zurück eigentlich nichts wildes aber weil mit diesen 20 kilometer sind wir eigentlich von ganz oben nach ganz unten gefahren ja jetzt ist der erste weg erstmal wieder richtung jachthafen schlag mich tot schausende jachthafen schausende und dann schauen wir mal weiter so die kennen auch keine tageszeit so leute wir haben glücksburg verlassen und fahren jetzt auf einem radweg neben der landstraße richtung flensburg erstmal so für knappe drei kilometer geht hier hoch schön rauf und runter so wie sich das für das flachland gehört aber da wir ja viele wolken und auch einen guten wind haben ist es nicht schlecht sich auch ein bisschen warm zu kurbeln ja das war jetzt erstmal so das erste zwischenfazit mal gucken was das nächste interessantes kommt hier haben wir wieder einen schönen kleinen strand entdeckt oder strand abschnitt wir sind immer noch im dunstgebiet der stadt glücksburg ich glaube meyersweg oder so ähnlich auf jeden fall nett hier sehr schön hier leute sitzen am strand fast so idyllisch und unbesorgt wie am chiemsee wir haben ja ein kleines schönes plätzchen gefunden für eine pause zu machen und das oberaffen geilste ist wieder bänke tralala hier ist ein grill da weiter hinten ist noch ein grill da hinten hinter der pier da kann man die kohle rein tun und da vorne sind schilder da steht drauf dass es explizit erlaubt ist hier zu grillen und dann kann man einfach da hinten ab in die ostsee ein bisschen schwimmen spaß haben zack hier hin und wieder eine wurst in den kopf stecken und ja das sieht jetzt so weit aus aber das sind keine 50 meter und falls das einer von der firma sieht ich schlage offiziell vor hier das nächste sommerfest zu machen alles andere wäre langweilig schaut mal leute ist das nicht herrlich direkt 20 meter am wasser lang einfach bombe herrlich hier und alles picobello aufgeräumte also aufgeräumt will ich jetzt auch ich meine es kein müll nix wir haben hier ein kleines abstecherchen zu einer mole ja ich hab das gerade abgelesen du hast es noch nicht gewusst aber da oben das linke haus etwas mehr das habe ich einen auftrag gegeben überraschung das mit dem riet dach richtig ne daneben das helle mit den vielen großen fenstern siehst du das nicht ach du meinst das kleine graue da der der gartenschuppen von dem haus hinter das ist ja noch nicht ist ja noch ach du meinst diesen plastikbunker ja okay das ist was für ein neureich ist doch egal oder ne da will ich nicht hin hat kein flair ok da verkauf ich doch wieder ja verkauft hat das besser äh hafen ja noch keiner gesehen ja noch keiner gesehen hätten wir auch auf dem fahrrad fahren können ne ist doch beschwerlich ja halt meinst du warum ich einen job habe wo ich mit dem auto fahre ja 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 aber guck mal da hinten fährt magnum mit seinem boot doch das hörst du ja ich habe den pariser drauf da hörst du den wind nicht so sehr schön da ist ein offizieller radweg da geht es runter und rauf das ist wie eine eifel vollkommen irre die einen schieben rauf und die anderen schieben runter naja ich würde sagen das hier ist die steilküste oder wieso bin ich eigentlich hier unten ich komme mir vor wie ein batzmann noch nicht so warm und williger mückenhase ja stimmt ja 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 ich musste am ende sein ja kinder wir schlängeln uns hier gerade in flensburg also um die marine schule herum rum 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 ist naja militärischer bereich schön ist anders das ist wahnsinn ja hier haben wir wieder ein half line ich drehe euch mal damit ihr besser gucken könnt ach ja okay das wir sind jetzt in flensburg hafen ein kurzes video weil sie möchten pauschen machen ja hast du gesagt ja da hinten ist die innenstadt hafen und so weiter da möchte man hin da hinten da stehen ein paar ganz alte boote keine ahnung mal gucken also machen wie es nachher so kleines bäußchen beendet jetzt geht es weiter richtung innenstadt schauen wir mal was wir da so alles sehen ich drehe euch mal ein stückchen zum hafen und das ding hier sieht eher aus als wenn das von pipi langstrumpf her hat schon mal hinter sich bisschen autoboyds gerät nicht ach ja weil Tja, wenn man sich für Schiffe interessiert, ist das ja ganz nett. Es ist doch richtig was los hier. Aber jetzt mache ich mal ein bisschen aus, kommen so viele Leute, nicht da da noch einer was dagegen hat. Das ist ja ganz nett. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.